22.06.2019, 5.39 Uhr, hallo und herzlich willkommen zu einer Breaking-News-Ausgabe aus meinem Studio. Wir sind heute Nacht wieder über die 10.000 Dollar gebrochen. Das ist unfassbar krank. Wir sind nämlich nicht nur über die 10.000 Dollar gebrochen und sind dann einfach ein wenig seitwärts gegangen von 10.000 bis 10.100 und dann wieder auf 9.800 und dann wieder auf 9.500. Nein, wir sind von 9.900 Dollar auf 10.700 gebrochen in einer Nacht. Und da wir jetzt eben diesen fünfstelligen Dollar-Bereich wieder gebrochen haben, wird meiner Meinung nach die Lage wieder richtig interessant. Ich rede jetzt weniger vom Technischen, sondern vielmehr vom Psychologischen. 10.000 Dollar war einfach so der Bereich, wo irgendwie jeder sagt, okay, wenn wir 10.000 Dollar brechen, dann werde ich bullish. Wenn wir 10.000 Dollar brechen, dann ist der Bärenmarkt vorbei. Und es ist vor allem auch der Bereich, der wieder in den Mainstream gelangen wird. Ich glaube zwar nicht, dass das Vertrauen jetzt komplett zurückkommen wird, da die risikoaversen Personen immer noch sagen, okay, es sei zwar auf 10.000 Dollar, aber ihr wart mal auf 20.000 Dollar. Das heißt, es ist immer nur noch die Hälfte wert. Aber die risikoreichen Personen, die werden jetzt alle langsam wieder ein Auge auf den Kryptomarkt haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir von 3.500 auf 10.900 innerhalb von ein paar Monaten gestiegen sind. Also 300 Prozent in ein paar Monaten ist wirklich unfassbar krank für diese Asset-Klasse, wo wirklich irgendwie, ja, im Februar fast schon jeder mit Drang und Namen gesagt hat, dass Bitcoin auf Null gehen wird. Jetzt sind wir wieder auf 10.700. Das heißt, wieder mal das Gegenteil eingetreten, der gängigen Expertenmeinung. Und wir sehen uns das Ganze jetzt auch gleich noch technisch an. Wir sehen schon im Hintergrund, wie jetzt die ersten Verkäufer in den Markt kommen. Und mir geht es vor allem darum, jetzt wieder mal die wichtigsten Preislevel kompakt einzuzeichnen, ohne groß irgendwie drum herum zu reden, ohne extrem viel Zeug einzuzeichnen, ohne das Ganze extrem kompliziert zu machen. Es hat eigentlich im ganzen Jahr 2019 funktioniert mit Keep It Simple und Stupid und es wird auch weiterhin funktionieren. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem eigentlichen Video. Und man muss technisch mittlerweile schon extrem weit rauszoomen, um irgendein Level zu finden, was von relevant sein könnte. Für mich ist das Level ganz klar hier 11.600 bis 11.700. Dieser Bereich ist für mich auch so der Bereich, wo ich sagen kann, okay, sehen wir jetzt wirklich sehr schnell ein neues Alltime High oder konsolidieren wir uns ein wenig in diesem Bereich 9.000 bis 10.000, 8.000 bis 10.500. Ich untermauere mein Argument mit dem Volumenprofil. Das Volumenprofil ist hier wirklich sehr interessant anzulegen. Für viele Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Volumenprofil ist, das Volumenprofil zeigt euch das getreddete Volumen in einem ausgewählten Bereich anhand dieser Balken. Je größer die Balken, desto mehr Volumen wurde bewegt. Ihr seht, wir haben hier den Point of Control. Das ist die rote Linie. Point of Control heißt konkret der Bereich, wo am meisten Volumen in diesem ausgewählten Bereich getreddet wurde. Und was euch bestimmt sofort ins Auge sticht, auch wenn ihr wenig Erfahrung mit dem Volumenprofil habt, wir haben hier gar nichts. Und das ist auch der Knackpunkt, wir haben hier drüber nichts mehr. Wenn wir hier drüber brechen, dann ist hier freie Luft. Wir werden hier wenig Widerstand haben. Warum? Die Leute, die hier groß verkauft haben, sind ihre meisten Positionen schon losgeworden. Die Leute, die bei 20.000 verkauft haben, sind die Leute, die hier akkumuliert haben. Wir haben hier diesen Bereich, wo ich eben gemeint habe, ich will meine Position untermauern. Der letzte Bereich, wo einiges an Volumen getradet wurde. Das ist in diesem Bereich, dieser Abverkauf hier. Und das ist auch genau dieser Bereich, wo wir uns gerade eigentlich auch stoßen. Wir können das Ganze nicht in einer horizontalen Linie festmachen, die einfach gerade rüber geht und sagen kann, okay, das ist exakt der Dollarbereich, wo wir uns stoßen. Es ist ein ganzes Level. Das Level kreist sich in diesem Bereich ein. Ups, der Bereich 11.000 bis 10.000 ist der Bereich, wo wir gerade die ersten Verkäufer sehen, bedingt aufgrund dieses letzten Volumen, das die Bären retten kann. Das heißt, wie gesagt, für mich ist das wirklich so der nächste größte Kampfschauplatz im Jahr 2019 und wirklich die Entscheidung, ob wir jetzt wirklich die totale Euphorie sein könnten 2019. 11.500 und dann direkt 14.500. Ihr wisst, was ich meine. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt zu den Kaufpunkten. Ihr wisst, ich bin keiner, der irgendwie FOMO verbreitet oder der irgendwie groß jetzt propagieren will, dass wir sofort den nächsten Bullrun sehen. Ihr müsst rational handeln. Und es ist immer eine blöde Idee, gegen Resistance zu kaufen. Es kann funktionieren. Ihr könnt dafür belohnt werden. Das fühlt sich dann richtig an. Ist aber eigentlich falsch, weil ihr sollt eigentlich nicht einfach direkt gegen technische Resistance kaufen. Natürlich, wenn ihr fundamentale Gründe habt und ihr sagt, okay, ich will das jetzt einfach longterm halten, dann kann man natürlich auch jetzt einfach so hier kaufen. Aber worauf ich hinaus will, ihr solltet immer ein wenig einen Plan haben, wo ihr sagt, okay, wie sieht denn mein Risk to Reward aus? Was wäre dann der maximale Drawdown, den ich allein würde? Bin ich bereit, alles zu verlieren? Dann kann ich jetzt auch hier kaufen. Ja, das Basiswissen zu Risikomanagement. Ich glaube, dazu wäre ein eigenes Video mal ganz angebracht und ganz gut. Ich bin mittlerweile extrem froh, dass ich eine Derivate-Position im Bereich 8000 eröffnen habe können. Ich glaube, es war 8080, da ich davor keine Chance hatte, in den Markt einzusteigen. Derivate heißt eine Future-Position. Das heißt, ich habe auf BitMEX Future-Kontrakte im Bereich 8000 kaufen können. Da einfach wieder hier für mich die klassische Akkumulationsstruktur vorhanden war. Wirklich ganz, ganz minimal TA angewendet. Ich habe diesen Bereich angezogen. Ich habe gewusst, wir sind in einem Uptrend. Wir haben hier einfach wieder diese Struktur in einem klassischen Uptrend, wo wir nach oben gehen. Wir konsolidieren hier, die ersten Verkäufe kommen in den Markt und wir haben dann Akkumulation, weil nichts kann einfach dauerhaft direkt nach oben gehen. Wir gehen seitwärts und wir haben auch wieder hier ganz schön das Volumenprofil als Anhaltspunkt. Und das ist einfach so eine klassische Akkumulationsrange. Das war auch der Grund, warum ich hier Futures gekauft habe. Und ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, nachdem ich heuer zu einem sehr großen Trade verpasst habe. Ich habe wirklich geplant, ich hätte riesen Positionen Ethereum kaufen wollen im Bereich 180. Es wurde extrem wenig gefüllt. Also das ist was, was mich immer noch stört. Ich habe vielleicht ein Fünftel von den Positionen gefüllt bei Ethereum, die ich füllen wollte. Habe jetzt aber hier eine relativ große Position füllen können bei 8000. Und ja, wie gesagt, die Struktur bei diesen Akkumulationsphasen ist immer ziemlich ähnlich. Das muss euch bewusst sein, das sollte euch auffallen. Wir haben diesen Bereich etabliert, wir haben diesen Bereich etabliert hier. Wir haben immer die Charakteristik des Volumenprofils, das uns in diesem Bereich diktiert. Ich mache es gerade nochmal. Einmal hier und einmal hier. Seitwärts meistens ein Fake-Ausbruch, der dann in diesem Bereich hier passiert ist. Wir haben hier den großen Anstieg. Seitwärts Akkumulation, Fake-Ausbruch, Abverkauf, um weitere Positionen der Big Boys zu füllen. Hier Akkumulation beim Point-of-Control geht weiter nach oben, die Rele geht weiter. Nächste Akkumulationsphase. Nächste Akkumulationsphase hier. Seitwärts, Zeitwärts, Zeitwärts, Zeitwärts. Bruch nach oben, Fake-Ausbruch, Bruch nach unten. Hier werden die ersten in den Markt gelockt, die eben dann falsch liegen. Die kaufen dann hier diesen Retest, wird dann wieder abverkauft. Ihre Positionen werden genutzt, um weitere Positionen zu füllen. Und dann geht das Spiel wieder weiter und es geht wieder straight nach oben. Das wären so die ersten Levels. Am Daily Chart ist es auch wieder simpel. Support, 9000. 9000 ist für mich jetzt starker Support, also 9000 sollte erhalten. Sollten wir wieder nach unten gehen, sehen wir auch hier ganz gut. Das ist einfach ein Cluster sozusagen, eine Clusterzone. Wir haben hier in diesem Bereich, hier, 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 hier. Und ihr dürft das Ding jetzt nicht irgendwie falsch stehen oder nicht überbewerten. Ihr müsst die technische Analyse so simpel wie möglich halten. Also ich hatte den Fehler in der Vergangenheit auch so aufgemacht, dass ich so viele Indikatoren auf dem Chat hatte, so viele Theorien verwendet habe, so viele Techniken. Es ist alles eigentlich Nonsens. Also was ihr braucht, ist ein gutes psychologisches Framework. Also ihr müsst psychologisch stabil sein. Euch muss es wortwörtlich scheißegal sein. Wenn ihr die Position verliert, dann könnt ihr gut trainen. Und der Rest ist Support und Resistance. Support kaufen, Resistance verkaufen. Das ist das Einzige. Der Markt wird einfach technisch gesehen nur von Support und Resistance diktiert. Alles andere ist fundamental. Und man kann auch fundamental trainen. Man kann sagen, okay, vor allem im Forex-Bereich geht das eher, also im Krypto-Bereich. Aber man kann sagen, okay, ja, die Eurozone hat ein langsames Wachstum. Das BIP geht zurück. Ich habe mir die neuen Zahlen angeschaut von den Manufacturer Reports. Die sind alle negativ. Und ich sage jetzt, okay, fundamental ist der Euro viel weniger wert. Und dann verkaufe ich Euros, habe natürlich einen weiteren Stop. Das funktioniert alles auch. Und was immer gleich ist, sowohl technisch als auch fundamental, ist einfach der Kopf. Es geht nur um den Kopf im Trading. Und wenn ihr das realisiert, werdet ihr auch Erfolg haben. Das hat ewig gedauert, bis ich irgendwie auch profitabel getradet habe. Ich habe eine Weile unprofitabel getradet. Dann war ich an dem Punkt, wo ich oft gewonnen habe und auch oft verloren habe. Das heißt, ich habe nicht mehr Geld verloren, aber ich bin einfach break-even rausgegangen. Ich habe viel gewonnen, viel verloren. Und das war dann der Punkt, wo ich gecheckt habe, okay, das macht wenig Sinn, ohne großes Risikomanagement, ohne groß psychologisch stabil zu sein. Und das war dann einfach auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Einzige, was ich mache, ist Support kaufen, was ist denn verkaufen, meine Stops vorher festzulegen, mein Risiko vorher definieren. Und seitdem mache ich das so. Und ich werde auch oft gefragt, ja, warum so simpel? Ich halte es einfach so simpel. Und ich glaube, es ist für die meisten Zuschauer in dem Bereich auch angenehm. Bevor ich mich jetzt auch hier weiter verplappere, möchte ich das Video irgendwie langsam zum Ende bringen. Das Video war heute nicht so strukturiert wie die anderen Videos, da es eben sehr früh ist, sehr irrational alles, sehr starker Preisanstieg, wisst ihr, was ich meine. Ich habe die letzten Wochen weniger Videos gebracht, deswegen wollte ich mich einfach kurz mal melden nach diesem Meilenstein. Ich bin am Leben. Ich verfolge den Markt wie eh und je. Ich mache immer nur gern Videos, wenn was passiert. Und ich mache gern Videos, wenn ich wirklich guten Content produzieren kann. und den Leuten auch was zeigen kann. Das ist immer so mein Hauptanlagepunkt, wo ich sagen kann, okay, ich kann was Neues zeigen, was ich herausgefunden habe. Und wo ich irgendwie so Befriedigung fühle, Befriedigung spüre, wenn viele Leute das dann sehen und dann sagen, boah, ich habe das vorher nicht gewusst, vielen Dank. So dieser Mentoring-Aspekt fast schon sozusagen. Was ich überhaupt nicht mag und was ich überhaupt nicht kann, ist einfach so ein News-Kanal zu sein oder so. Ich habe wirklich absolut keine Lust und keinen Bock, irgendwie ein Video zu machen, wenn Facebook einen neuen Coin rausbringt und dann irgendwie so diese klassischen Coin-Telegraph-Seiten aufzumachen und dann irgendwie das Gleiche runterzulesen, wie ihr eh wisst. Also ich sehe da den Mehrwert nicht dahinter. Da jetzt irgendwie zu sagen, okay, Facebook hat einen neuen Coin rausgebracht, ja, no shit. Das könnt ihr selber auch lesen und es kostet euch viel weniger Zeit, das zu lesen, anstatt bei mir ein Video zu erfahren. Und ja, hier kurz mein Video, kurz meine Thoughts. Ich denke, wir könnten wirklich bald die totale Eskalation sehen, aber werde, wie gesagt, auf tiefere Preise warten, um meine Derivarpositionen aufzustocken. Bis dahin, euer Chris.